Er ist eine der großen Persönlichkeiten des Kinos, Francis Ford Coppola. Der US-amerikanische Regisseur und Produzent ist der diesjährige Preisträger des Prix Lumière auf dem Lumière-Festival im französischen Lyon. Eine Auszeichnung für sein Lebenswerk. Auf die Frage, wie es sich anfühlt, in Lyon zu sein, das auch als Geburtsort des modernen Kinos gilt, sagte Coppola. Es ist schon ein Nervenkitzel. Ich war schon vorher hier und habe es sehr genossen. Man vergisst die Vergangenheit nicht, die die Gegenwart erst möglich gemacht hat. Ich denke nicht so sehr daran, dass es eine Auszeichnung ist. Es ist eher so, dass man zu einer großartigen Gruppe Menschen gehört, die vor einem da war und Kino gemacht hat. Mit dem Lumière-Preis gesellt sich der Pate-Regisseur zu Kinogrößen wie Pedro Almodóvar, Clint Eastwood, Quentin Tarantino und Jane Fonda. Das Lumière-Festival dauert noch bis zum 20. Oktober. Das Lumière-Festival.